Ja, schönen guten Tag liebe Bummelstudenten. Auch heute beschäftigen wir uns wieder mit der Schaltung des invertierenden Verstärkers und mit dieser Schaltung wollen wir heute verschiedene Sachen machen. Zunächst einmal werden wir uns überlegen, wie der invertierende Verstärker im Signalflussdiagramm aussieht. Als zweites werden wir mithilfe des Signalflussdiagramms eine zweite Formel für die Gesamtverstärkung des invertierenden Verstärkers herleiten. Ja, wenn wir dann zwei verschiedene Formeln für die Gesamtverstärkung ermittelt haben, dann werden wir im dritten Schritt diese beiden Formeln vergleichen und dadurch bekommen wir einen tieferen Einblick in die Funktion der Schaltung. Ja, und im vierten und letzten Schritt rechne ich dann einfach mal ein Beispiel durch. Ja, wir beginnen damit den Signalflussgrafen zu zeichnen. Hier ist nochmal die Schaltung aufgezeichnet und diese Schaltung hatte einen OPV mit der Verstärkung A und diesen Verstärker, diesen OPV, den zeichne ich jetzt im Signalflussgrafen symbolisch durch diesen Block hier und der hat eine Verstärkung in Vorwärtsrichtung, nennt man das. Das ist die Vorwärtsrichtung. So, jetzt hatten wir gesagt, diese Schaltung hat eine Rückkopplung und zwar eine Gegenkopplung. Ja, die findet also hier statt über R2 und deshalb muss ich hier noch eine Verstärkung in Rückwärtsrichtung einzeichnen, nämlich die Gegenkopplung. Das ist die Verstärkung in Rückwärtsrichtung. So, da mache ich noch mal ein paar Pfeile dran, damit man weiß, wie die Signale fließen. Hier hinten habe ich dann übrigens die Ausgangsspannung UA. Das ist das zurückgekoppelte Signal. Das geht dann hier hin und wird hier mit dem ursprünglichen Signal, diesen hier zusammengeführt. So, jetzt haben wir hier also ein System mit Rückkopplung, aber da fehlt noch was. Ich habe ja hier noch einen Widerstand, R1 und dieser schwächt die Eingangsspannung. Also das Eingangssignal, das habe ich hier. Das wird geschwächt. Denn sobald hier eine Spannung anliegt, fließt ja ein Strom über diese beiden Widerstände und wenn durch einen Ohmschen Widerstand ein Strom fließt, fällt eine Spannung ab und dieser Spannungsabfall schwächt das ursprüngliche Signal hier UE. Das heißt, ich muss hier noch so einen Block hinzeichnen. Das ist zwar eine Dämpfung, eine Abschwächung, aber man sagt auch Verstärkung oder man schreibt auch Verstärkung und ich nenne die mal hier VE für Eingang. Also hier findet eine Dämpfung statt. Das ist dieser Block hier. Das ist der eigentliche Verstärker und diese Rückführung hier, die Rückführung des Ausgangssignals, die verläuft hier über diesen Block. Dieser Block gibt an, wie stark die Verstärkung in der Gegenkopplung ist. Wobei das natürlich alles symbolisch ist. Das sind keine elektrischen Leitungen. Das ist der Signalflussgraf. Der ist nur symbolisch. Als nächstes leiten wir eine Formel für die Verstärkung V dieser Schaltung hierher. Und die Verstärkung V ist allgemein definiert als das Verhältnis UA durch UE. Gut, also um diese Formel herzuleiten, schreiben wir mal alles auf, was wir dem Signalfluss Graphen entnehmen können. Und da sehen wir, die Ausgangsspannung ergibt sich, also UA ergibt sich, indem ich dieses Signal hier, ich mache da mal ein Pfeil hin, mit VV multipliziere. Also VV mal dieses Signal hier. Ja, ich muss jetzt mal den Pfeil woanders hin machen, dahin. So, dieses Signal hier. Woraus ergibt sich dieses Signal? Dieses Signal ist die Summe aus diesem Signal und diesem Signal, denn hier ist ja so ein Summierpunkt, ein Addierpunkt. Ja, und dieses Signal ist eben gleich UE mal VE. Und das Signal, was von hier oben kommt und summiert wird, ist Ausgangsspannung mal VR. Also plus Ausgangsspannung mal VR. Gut, diese Formel müssen wir jetzt umstellen, und zwar nach UA durch UE. Und dazu multiplizieren wir die Klammer erstmal aus. Dann erhalten wir UA gleich VV mal, ich drehe die beiden Faktoren jetzt mal um, mal VE mal UE plus VV. Hier drehe ich wieder die Faktoren um. Also kommt hier hin VR mal UA. So, jetzt habe ich hier zwei Terme. Ich unterstreiche die mal. Erster Term, zweiter Term. Und diesen Term bringe ich auf die linke Seite. Ich möchte nämlich alle Terme mit UA auf der linken Seite haben. Dann erhalte ich hier UA minus VV mal VR mal UA. So, auf der rechten Seite bleibt dann nur dieser Term übrig. Also VV mal VE mal UE. Gut, jetzt kann ich hier auf der linken Seite, da habe ich ja zwei Terme, auf der linken Seite kann ich UA ausklammern. Dann erhalte ich UA mal Klammer auf 1 minus VV mal VR. Die rechte Seite bleibt erstmal gleich. So, und jetzt dividiere ich beide Seiten durch diesen Term hier. Dann bleibt auf der linken Seite nur UA übrig. Und auf der rechten Seite habe ich dann VV mal VE mal UE. Dividiert durch diesen Term, also 1 minus VV mal VR. So, jetzt muss ich nur noch eine Sache machen und dann habe ich schon die Lösung. Das wische ich mal wieder weg. Ich dividiere beide Seiten der Gleichung durch UE. Dann erhalte ich, ich schreibe das Ergebnis direkt mal dahin. Dann erhalte ich hier UA oder ich schreibe erstmal hinter, was ich mache. Beide Seiten der Gleichung durch UE dividieren. Und die linke Seite wird dann zu UA durch UE. Also UA durch UE. Und da haben wir gesagt, das ist gleich V, ne? Und auf der rechten Seite habe ich VV mal VE. VV mal VE. Und das UE fällt ja weg, weil ich ja beide Seiten der Gleichung durch UE dividiere. Und der Nenner bleibt gleich. Also 1 minus VV mal VR. VV mal VR. Gut. Und damit haben wir auch schon die Verstärkerformel im Signalflussgrafen, also mithilfe des Signalflussgrafen, hergeleitet. Das ist also die Verstärkerformel. Und wir hatten ja schon eine Verstärkerformel für diese Schaltung hier hergeleitet. Aber das hatten wir dann anhand der Schaltung gemacht, mit der Maschenregel und so. Das habe ich ja im anderen Video gemacht. So, und der nächste Schritt ist jetzt eben, dass wir diese alte Verstärkerformel, die wir hier mithilfe der Elektrotechnik hergeleitet haben, mit dieser Verstärkerformel vergleichen. Also mit der Verstärkerformel aus dem Signalflussgrafen. Und dann können wir auch angeben, welche Bauteile bestimmen hier die Eingangsdämpfung oder die Rückkopplungsverstärkung. Aber das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Dazu muss ich erstmal die Tafel putzen. Ja, ich habe jetzt nochmal beide Verstärkerformeln an die Tafel geschrieben. Das ist die Verstärkerformel, die wir gerade eben hergeleitet haben. Und zwar haben wir die anhand des Signalflussgrafen hergeleitet. Diese Verstärkerformel haben wir in einem anderen Video hergeleitet, und zwar anhand der Schaltung. So, und jetzt wollen wir ja wissen, in dieser abstrakten Gleichung hier, welche Bauteile verstecken sich zum Beispiel hinter VE oder hinter VR. Oder anders ausgedrückt diese Verstärkung VR, diese Rückführverstärkung. Welche Bauteile in der Schaltung bestimmen die? Ja, um das zu ermitteln, müssen wir Folgendes machen. Wir müssen diese Formel hier so umformen, dass sie dieser Formel entspricht. Und dann können wir die einzelnen Summanden bzw. Faktoren miteinander vergleichen. Und dann wissen wir auch, was ist denn VR hier ausgedrückt durch diese Widerstände. Ja, als erstes fällt uns auf, dass ich ja hier eine Klammer habe und hier nicht. Also mache ich erstmal die Klammer weg. Dazu muss ich einfach nur den Nenner ausmultiplizieren. Also der Zähler bleibt gleich minus R2 mal A. Ich habe heute wieder eine schlechte Schrift. So, und im Nenner steht R1 mal A plus R1, wenn ich das ausmultipliziere, plus R2. So, gut, jetzt kann ich die besser vergleichen. Und wenn ich da mal vergleiche, dann habe ich hier einmal ein Produkt stehen. Das habe ich hier auch stehen. Aber hier habe ich eine 1 stehen. Hier habe ich keine 1 stehen. Hier habe ich einfach nur zwei Summanden stehen. Ja, kann ich vielleicht aus diesen zwei Summanden hier eine 1 machen? Ja, ist ja ganz einfach. Ich brauche ja nur Zähler und Nenner erweitern und zwar mit 1 durch R1 plus R2 oder anders ausgedrückt Zähler und Nenner durch diesen Term hier dividieren. Dann erhalte ich folgendes. Also im Zähler habe ich dann, ich nehme, glaube ich, mal besser eine andere Farbe, um die Übersicht zu wahren. Im Zähler habe ich dann minus R2 mal A dividiert durch R1 plus R2. Ja, und was habe ich im Nenner? Wenn ich diesen Term hier durch R1 plus R2 dividiere, habe ich R1 mal A dividiert durch R1 plus R2 plus, wenn ich diesen Term hier durch R1 plus R2 dividiere, dann habe ich 1. So, jetzt nehme ich noch ein bisschen kosmetische Korrekturen vor. Die 1 schreibe ich mal nach vorne, weil die 1 hier auch vorne steht. Das mache ich so. Da mache ich den Bruchstrich ein bisschen länger und schreibe die 1 vorne hin. So, das V muss ich noch ein bisschen weiter links schreiben. Okay, und ja, das A, das schreibe ich mal hinter dem Bruch. Nach den Regeln der Bruchrechnung kann ich das ja auch dahinter schreiben. Hier genauso, weil dann habe ich nur Widerstände in den Brüchen drin. So, was mache ich als nächstes? Als nächstes gucke ich mal. Ich habe hier eine 1, dann kommt hier ein Minuszeichen. Hier habe ich ein Pluszeichen. Aber das ist ja kein Problem. Plus ist ja das gleiche wie Minus Minus, nach den Vorzeichenregeln. Also schreibe ich hier hin, der Zähler bleibt gleich, Minus R2 durch R1 plus R2 mal A. So, und hier schreibe ich jetzt hin, Minus Minus. Ja, das darf ich ja machen. Also Minus R1 durch R1 plus R2 mal A. Gut, auch da mache ich wieder so eine kleine kosmetische Operation. Den Sinn seht ihr erst gleich. Und zwar schreibe ich dieses Minus vor das A. Das darf ich ja. Mal Minus A. So, dann habe ich zwei Klammern. Gut, vergleichen wir jetzt mal. Also ich habe hier im Zähler, habe ich eine 1, dann kommt ein Minuszeichen und dann kommt ein Produkt VV mal VR. Ja, und hier oben, also das stimmt schon mal. Hier habe ich ein Produkt, da auch. Und hier oben habe ich auch ein Produkt. Das habe ich hier oben auch. Ja, und dann können wir mal anfangen jetzt zu vergleichen. Ja, ich habe also hier, fangen wir mal oben im Zähler an. Ich habe hier dieses A. Und dieses A, das sagt mir schon die Logik, das muss natürlich die Vorwärtsverstärkung sein. Also schreibe ich das A. Also diese Vorwärtsverstärkung ist das A. Deshalb schreibe ich das A mal vorne hin. Ja, also das A kommt nach vorne. Na, ich muss noch ein bisschen näher heranschreiben, dass A bei gleich der Platz knapp wird. Gut, jetzt habe ich also hier die Vorwärtsverstärkung. Allerdings schreibe ich dieses Minuszeichen mal hier vor, vor das A, nicht vor dem Widerstand. Nach den Regeln der Bruchrechnung darf ich das ja. Ich zeige euch auch gleich warum. Und zwar hat das folgende Grund. Wir haben hier einen invertierenden Verstärker. Also diese Verstärkung A ist zum Beispiel 100.000. Aber die Schaltung ist ja ein invertierender Verstärker. Das heißt, das Signal ist am invertierenden Eingang. Und deshalb muss ich hier als Vorwärtsverstärkung irgendwas Negatives haben. Ja, wenn ich hier zum Beispiel eine Verstärkung von 100.000 habe, muss das Minuszeichen hier hin. Sonst hätte ich ja hier eine positive Verstärkung. Und das ist ja hier nicht der Fall. Das ist ja eine negative Verstärkung. Ist ja eine invertierende Schaltung. Gut, und jetzt können wir auch schon VE ablesen. Wenn nämlich Minus, wenn dieses VV gleich Minus A ist, dann ist VE gleich diesem Bruch hier. Ja, also kann ich schon mal hinschreiben. VE ist gleich diesem Bruch. Also VE ist R2 dividiert durch R1 plus R2. Gut, und das nächste ist dann der Nenner. Vergleichen wir den mal. Da kommt eine 1. Dann kommt hier ein Minuszeichen. Dann kommt hier die Vorwärtsverstärkung. Das war Minus A. Ja, das Minus A habe ich jetzt da hinten. Also schreibe ich es mal lieber hier vorne hin. Also 1 minus, dann kommt die Klammer. So, und dieses Minus A, wie gesagt, jetzt hier nach vorne. Dann habe ich nämlich genau die gleiche Reihenfolge wie hier. So, also nochmal 1 minus, dann kommt die Vorwärtsverstärkung. Die ist hier durch den Operationsverstärker gegeben. Also muss dieser Bruch hier VR sein. Was anderes ist ja nicht mehr übrig. Also kann ich hinschreiben. Die Verstärkung der Rückführung ist gleich, was war das jetzt hier? R1 dividiert durch R1 plus R2. Okay, also jetzt wissen wir, das heißt, ich kann hier noch hinterschreiben, die Vorwärtsverstärkung. Das haben wir ja jetzt nicht der Schaltung entnommen, sondern das sagte uns die Logik, die ist Minus A. Die muss Minus A sein, weil wir diesen Verstärker als invertierenden Verstärker geschaltet haben. So, und als nächstes werden wir jetzt dieses Ergebnis interpretieren. Ja, interpretieren wir erstmal hier dieses Ergebnis. Und zwar würde ja jeder wahrscheinlich denken, dass die Eingangsdämpfung durch den Eingangswiderstand R1 reguliert wird oder bestimmt wird. Weil wenn man diese beiden Schaltungen mal räumlich vergleicht, dann kommt doch hier das Eingangssignal und dann die Eingangsdämpfung und hier kommt nach dem Eingangssignal der Widerstand R1. Ja, und deshalb denkt jeder, dass die Eingangsdämpfung durch R1 reguliert wird. Aber die Formel sagt das Gegenteil. Die Formel sagt, dass die Eingangsdämpfung im Wesentlichen durch den Gegenkopplungswiderstand bestimmt wird. Ja, wie kann man sich das plausibel machen? Dazu trennen wir mal einfach hier diese Leitung auf. Das heißt, wir stellen uns vor, R2 wäre unendlich groß, dann ist ja diese Leitung aufgetrennt. So, und jetzt fragen wir uns, wie wird dieses Signal UE denn jetzt hier gedämpft? Ja, das wird gar nicht gedämpft, weil wir haben ja gesagt, der Eingangswiderstand des OPVs ist unendlich groß. Das heißt, von hier nach hier fließt kein Strom mehr. Ja, durch R1 fließt kein Strom. Und wo kein Strom fließt, fällt auch keine Spannung ab. Das sagt uns das Ohmsche Gesetz. Aber wenn da keine Spannung abfällt, dann wird dieses Eingangssignal UE unvermindert an den Eingang weitergeleitet. Ja, da kann ich also R1 verstellen, wie ich will. R1 verändert die Eingangsdämpfung nicht. Und deshalb steht hier oben auch nicht R1, sondern R2. Denn wenn ich jetzt folgendes mache, wenn ich hier wieder zu mache und wenn ich jetzt R2 runterdrehe, stellt euch vor, das wäre ein Poti, ein Potentiometer, wenn ich diesen Widerstand kleiner mache, dann fließt hier mehr Strom. Und wo mehr Strom fließt, fällt auch mehr Spannung ab. Und dieser Spannungsabfall, den muss ich natürlich von der Eingangsspannung abziehen. Ja, und deshalb reguliert R2 den Stromfluss und damit auch den Spannungsabfall, beziehungsweise hier in dem Plan die Eingangsdämpfung nennt man das hier. Ja, und deshalb steht eben hier oben R2. R2 reguliert die Eingangsdämpfung. Ja, und genau das Gleiche gilt auch hier für die Rückführverstärkung. Für diese hier, ich mache da auch mal so ein Pfeil. So, jetzt sprechen wir also über die Rückführverstärkung. Ja, die Rückführverstärkung, da denkt jetzt auch jeder wird durch den Rückführwiderstand bestimmt. Aber da machen wir so ein ähnliches Experiment. Wir trennen jetzt diesmal hier auf. Augenblick, das muss ich mal eben so ein bisschen anders zeichnen. So, hier ist jetzt aufgetrennt. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie ist denn die Rückführverstärkung? Ja, und da ich hier wieder einen unendlichen Eingangswiderstand habe, fällt hier keine Spannung ab. Das heißt, das volle, die vollen 100% des Ausgangs werden auf den Eingang zurückgeführt. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt dieses R2 als Poti mache, da kann ich jetzt drehen, wie ich will, egal wie ich R2 verändere. Die Rückführung wird sich nicht ändern, denn es wird immer die volle Spannung zurückgeführt. Wegen diesem Eingangswiderstand. Der lässt nämlich keinen Strom fließen. So, und wenn ich jetzt hier wieder zumache, dann fließt jetzt hier ein Strom über R1 und R2. Und wo ein Strom fließt, haben wir ja gerade schon erklärt, da fällt hier eine Spannung ab. Und dieser Spannungsabfall, der geht jetzt eben bei der Rückführung verloren. Da wird also nicht mehr das ganze Signal zurückgeführt, sondern dieser Spannungsabfall, der fehlt da. Das heißt, ich kann tatsächlich durch R1 die Rückführung bestimmen. Und deshalb steht das auch oben in der Formel. Haben wir also hergeleitet und haben wir uns jetzt auch plausibel gemacht. Ja, zum Ende des Videos noch ein kleines Beispiel. Gegeben ist also diese Schaltung und die beiden Widerstände R1 und R2, also dieser und dieser, haben beide 3,3 Kiloohm. Der Verstärkungsfaktor dieses Verstärkers sei 8. Und gesucht ist also die Eingangsverstärkung, die Rückführverstärkung, die Vorwärtsverstärkung und die Gesamtverstärkung. Ja, fangen wir ja vorne an. Für VE, für die Eingangsverstärkung haben wir gerade eine Formel hergeleitet und die lautet R2 dividiert durch R1 plus R2. Aufblick, das muss ich noch mal ein bisschen sauber schreiben. Also Eingangsverstärkung ist R2 dividiert durch R1 plus R2. Ja, und da beide Widerstände gleich groß sind, kommt natürlich 0,5 bei raus. 3,3 Kiloohm dividiert durch 6,6 Kiloohm ist 0,5. Gut, dann kommen wir jetzt zur Rückführverstärkung. Da haben wir die Formel hergeleitet. Die Rückführverstärkung ist R1 dividiert durch R1 plus R2. Und da kommt natürlich, weil beide Widerstände gleich groß sind, das kann man im Kopf rechnen, auch wieder 0,5 bei raus. Die Vorwärtsverstärkung VV. Ja, der OPV hat eine Verstärkung von 8 und wir haben ja gesagt, VV ist gleich minus A, also gleich minus 8. Gut, und dann suchen wir noch die Gesamtverstärkung V. Auch da haben wir eine Formel hergeleitet. Das war nämlich diese hier. Die lautet also VV mal VE dividiert durch 1 minus VV mal VR. Da brauche ich jetzt nur noch alles einsetzen, was ich gerade berechnet habe. Also VV, die Vorwärtsverstärkung ist minus 8. Die Eingangsverstärkung ist 0,5. Das ist also eine Dämpfung. Dann habe ich hier 1 minus, die Vorwärtsverstärkung ist wieder minus 8. Multipliziert mit der Rückwärtsverstärkung, die war 0,5. Und das rechne ich jetzt mal aus. Da habe ich also minus 8 mal 0,5, das ergibt minus 4. Und minus 8 mal 0,5 ergibt wieder minus 4. Und 1 minus minus 4 ist 1 plus 4, also 5. Und das sind also, hoppla, minus 0,8. Gut, ich unterstreiche mal eben, ne, da nehme ich mal lieber die rote Farbe, unterstreiche mal alle Ergebnisse. So, okay. Jetzt habe ich alle Ergebnisse nochmal unterstrichen. Ja, am besten zeichnen wir mal auf, was wir da gerechnet haben und gucken mal, ob das auch plausibel ist. Dazu zeichne ich erst nochmal hier den Signalflussplan auf. Also ich habe hier die Vorwärtsverstärkung, die, hoppla, das war ein bisschen zu tief, die Rückwärtsverstärkung VR, das Ausgangssignal UA. Dann habe ich hier das Eingangssignal UE, die Eingangsdämpfung VE. So, ja, okay, gut. Also, ich nehme mal an, müssen wir uns ja noch irgendeinen Wert ausdenken. Ich habe hier 4 Volt, Eingangssignal. VE ist 0,5, bleiben also übrig 2 Volt. So, jetzt wird, ja, was habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich eine Ausgangsspannung. Da habe ich also gesagt, die Gesamtverstärkung ist minus 0,8. Und wenn ich also 4 Volt Eingang habe und die Gesamtverstärkung ist minus 0,8. Wie viel ist das? 4 mal minus 0,8. Das ergibt minus 3,2 Volt. Das kann ich ja schon mal hinschreiben. So, dann rechnen wir mal hier weiter. Die Rückwärtsverstärkung war 0,5. Also minus 3,2 mal 0,5. Ich schreibe es mal drüber. Das ist 0,5. Das auch hier. Minus 3,2 mal 0,5 ist minus 1,6. Minus 1,6 Volt. So, da muss man sich natürlich alles symbolisch vorstellen. Das sind ja keine elektrischen Leitungen. Das ist nur ein Signalflussgraf. Da werden also nicht Drähte zusammengelegt, sondern Signale. Ist alles nur symbolisch. So, und von den 2 zu den 2 Volt werden jetzt minus 1,6 Volt addiert. Dann habe ich hier 0,4 Volt. Die Vorwärtsverstärkung, die betrug minus 8. Minus 8. So, und jetzt kommen wir an die Stelle, wo sich der Kreis schließt. Und jetzt können wir gucken, ob wir richtig gerechnet haben. Wir haben ja einmal den Kreis gerechnet. So, jetzt kommt die Probe. Also 0,4 Volt mal minus 8. Das ergibt minus 3,2 Volt. Ja, und diese minus 3,2 Volt hatten wir auch schon berechnet, indem wir die Gesamtverstärkung berechnet haben. Das haben wir ja zuerst gemacht. Das heißt, wir haben einmal im Kreis gerechnet und die Werte waren also alle plausibel. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020